Meine Damen und Herren, wir machen jetzt die Mission mit Karma Fengeris Information. Das haben wir letztes Mal eine erfolgreiche Mission mit ihm gemacht. Und jetzt geht es weiter. Wir haben ja mit Karma Labor Mission gemacht. Und jetzt geht es weiter mit Fengeris Information. Jetzt geht es weiter. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ah genau, ich kann ja gar nicht gucken. Aber was für eine Fengeris Information ist das? Das ist doch nicht die mit dem Dings. Ah, da ist der Ectanus-Gelose. Ist das? Ja genau, da haben wir mal früher Dinge gemacht. Unsere Base. 2014 haben wir angefangen, aber nicht fertig. Das ist aber nicht unsere, das war noch ein anderes Server. Und jo. Schauen wir mal, was uns diese Mission so bringt. Eigentlich müssten wir jetzt noch was denken. So. So, jetzt auch nicht genau. NK17. Sollte das Ganze leiser machen. So. Was ist denn das für eine Mission eigentlich? Also ich glaube, die habe ich noch nie gemacht. Oder was ist das für eine Mission? Das kann ich nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Obwohl, wenn man es von außen her betrachtet, sind wir hier, keine Ahnung wo. Will er hier landen? Seitlich. Boah, boah. Ho, boah. Oh, die sind noch nicht. Wie müsste jemand, wie müsste jemand. Wie müsste jemand, wie müsste jemand. Ach, das ist ein Joker. Ich dachte schon. wo die feinde sind habe ich keine ahnung ich habe keine ahnung wo die sind ehrlich gesagt aber die ballern alle müssen so weiße seien wissenschaftler oder so das muss man ja gar nichts sind ja auch drüben irgendwo in den dingern im wald sind sie nicht oder oder hier zum beispiel keinen ehrlich gesagt aber dabei hat einer richtig schön munition raus wohin auch immer dann zähle ich sie können hier aus So, dann haben wir wieder weg. Da muss eigentlich den Joker hin. Da muss der Joker hin, verstehe ich nicht. Da sieht es nur so aus, dass da jemand will. Also, ähm, also ich sehe keine Sau, ehrlich gesagt. Hm. Da liegt ein Arschluss. Da liegt ein Arschluss. Jetzt können wir gucken, wo... Vielleicht gehen wir ja hier runter. Und sehen dann... Vielleicht ist ja irgendwo einer. Ja. 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 Da ist er, da ist er. Ja. 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 Das war's für heute. So, dann ist da noch einer gewesen. So, jetzt. Wir sind fertig. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. Ganz schön da dran. So, jetzt. 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 Jetzt. So. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. Jetzt. So. So. Ich bin. So, jetzt. Das war's. So, was ist denn hier? Äh, ich musste hier sein, Engel. Hier sehen wir uns, würde ich sagen, das war eine tolle Mission hier. Was muss ich jetzt? Geht er aus? Geht er aus, muss ich! So, also, dankbar! So, so. So, ich glaube, nach links, so. Nach rechts, muss ich nach links durch, nach links durch. Das ist ja daneben, eigentlich wenn ich auch hier drüber fahren. Bleh, 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 bleh. Fuck. Ich werde mal hier, glaube ich, stehen bleiben. Und mich ausloben. Denk ich mal so. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!